Verwurzelt. Weltoffen. Finde ich. Stolz. Unser Rennscheid hat Qualität. Eine lange Tradition als Industriestandort. Namhafte Persönlichkeiten und Unternehmen, die für Forschergeist, Handwerks- und Ingenieurskunst und den weltweiten Handel stehen. Eine Umgebung, deren natürliche Ressourcen Grundlage dieser Erfolgsgeschichte sind. Als Industriestadt im Grünen hat es Rennscheid immer wieder geschafft, Menschen aus anderen Ländern in das arbeits- und kulturelle Leben zu integrieren. Kreativität, Ausdauer und Weltoffenheit haben bis in die Gegenwart für gute wirtschaftliche Aussichten im besten Sinne gesorgt. Gute Aussichten für Rennscheid. Die Welt ist im Lande. Und auch Rennscheid wird sich weiterentwickeln und in Teilen neu erfinden. Diese Fähigkeit haben Bürger, Stadt und Unternehmen immer wieder bewiesen. Das Machen liegt uns im Bergischen Blut und ist Teil unserer lebendigen Tradition. Wir wollen diese Zukunft. Für uns alle. Alle Rennscheiderinnen und Rennscheider. Alle Altersstufen und aller Muttersprachen. Weil wir hier leben und arbeiten und die Qualitäten, die Stadt und Umland uns bieten, schätzen. Weil wir hier zu Hause sind. Wir entwickeln uns weiter und lösen die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft. Damit unser Rennscheid vital und lebenswert bleibt. Optimistisch. Solidarisch. Entschlossen. Leidenschaftlich. Gutes soll erhalten bleiben. Deshalb müssen wir vieles verändern. Gutes Morgen. Rennscheid. Gute. 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 Gute.